Hallo und herzlich willkommen meine lieben Freunde. Ich bin Patti von kartinvestor.de und heute habe ich wirklich was besonderes für euch vorbereitet. Ich zeige euch mein Yu-Gi-Oh! Go-Deck für alle, die es nicht kennen. Das bedeutet einfach, dass man nach einem alten Format spielt, in dem Fall nach den Regeln von 2005. Man darf dann auch nur Karten aus der Zeit benutzen. Das heißt, ihr kennt so gut wie jede Karte, das sind einfach die originalen Anime-Karten. Und ich kann es euch nur empfehlen, Leute. Ich gehe da gleich nochmal näher drauf ein. Natürlich könnt ihr auch heute was gewinnen. Wir verlosen unter allen Kommentaren 5 Booster-Packs der neuen Serie. Ihr müsst einfach einen Kommentar da lassen mit Hashtag Kartinvestor und schreibt mir dann eure Lieblingskarte dazu. Und Leute, ich sage es euch bezüglich der Preise der Karten. Es ist wirklich lächerlich. Die sind so explodiert und ich kann euch nur so viel sagen. Ich spiele das seit Jahren und ich habe damit angefangen, ganz typisch, wie man das kennt, mit dem Tauschen. Ich habe mir die Karten erstmal so geholt, dass ich überhaupt spielen konnte. Und dann habe ich geschaut, ob es schönere Versionen gibt und nach und nach Karte für Karte mir angetauscht und so weiter. Ich habe damals nicht viel Geld gehabt und es hat wirklich super lange, mehrere Jahre gedauert, bis ich alles so zusammen hatte. Aber man muss auch dazu sagen, damals hat es einfach nicht so viel gekostet. Also heute sind die Karten nicht mehr erschwinglich. Es ist wirklich verrückt, was die jetzt kosten. Wir können gerne mal gleich beim, während ich euch das zeige, ein bisschen darüber reden, was die jetzt so kosten, was ich damals bezahlt habe und so. Es ist wirklich einfach nur krass. Und ansonsten, Leute, mir liegt Goat wirklich am Herzen. Das Deck besonders, das ist einfach mein Standard-Deck, was ich wirklich, ich bin damals noch zur Schule gegangen, was ich wirklich immer wieder verbessert habe. Und einfach die ganze Zeit hat es mich begleitet. Und ohne Goat, ich sage es euch, wie es ist, wäre ich heute nicht hier, Leute. Also ohne dieses Format würde es Karte-Investor gar nicht geben, weil ich würde nichts mehr mit Yu-Gi-Oh! am Hut haben. Das hat mich nochmal zurück ins Game geholt, zum Sammeln und so weiter. Mit meinem Cousin haben wir dann gespielt und ohne das wäre wirklich nichts, ich sage es euch. Deswegen, ich feiere das und ich kann es euch nur empfehlen, lasst euch jetzt nicht von den teuren Karten abschrecken oder so. Es gibt die auch alle in günstigeren Versionen, die trotzdem wunderschön sind. Und man kann schon wirklich ein super starkes Deck für 20, 30, 40 Euro bauen. Also es ist günstig und anfängerfreundlich. Außerdem machen wir regelmäßig Turniere, Leute. Das macht wirklich unnormal viel Spaß. Ich kann es euch nur empfehlen. Schaut auf karte-investor.de, da sind dann die Tickets und Termine und so weiter. Und wir haben das jetzt alles ein bisschen geändert, das Format. Also es wird krass. Vielleicht machen wir es auch nur noch einmal im Monat. Zurzeit machen wir alle zwei Wochen. Und dafür machen wir das dann aber ein bisschen größer, damit man wirklich was Krasses gewinnen kann. Also es wird wild, Leute. So, Leute. Ich würde sagen, wir starten mit den kleinen Monstern. Ich habe es jetzt erst vor kurzem ein bisschen umgebaut. Das heißt, ich muss noch testen. Aber ich werde auf jeden Fall auf meine Überlegungen eingehen. Und wir starten mit dreimal Magier des Glaubens. Ich habe das jahrelang auf zwei gespielt. Aber ich wollte es jetzt einfach mal testen, weil die Karte an sich einfach zu krank ist. Zudem habe ich mir gedacht, dass man vielleicht den Überraschungsmoment ausnutzen kann, wenn man Knock kassiert und vielleicht noch einen auf der Hand hat. Ansonsten, wenn man einfach so Knock kassiert, hat man krassen Deckspeed. Dann eine Schlange für Unendlich Plus. Und zweimal Night Assi. Ich liebe die Karte. Die hat zwei Effekte. Und ich benutze beide regelmäßig. Also ich kann da gar nichts Negatives zu sagen. Ist zudem Finsternis. Dann haben wir Sanggan und Tsukuyomi. Ich persönlich mag die Karte nicht so gerne. Sieht zwar schön aus, aber ich ziehe die immer, wenn ich sie nicht gebrauchen kann. Bei dreimal Moff sollte man die aber auf jeden Fall spielen. Und sie ist halt gut, aber ich persönlich mag sie einfach nicht. Dann haben wir ein Breaker. Und Swipe. Outet einmal alles. Also wichtige Karte. Dann haben wir Donner Drachen. Hat jeder Goat-Spieler immer in der Starthand. Man kennt es nicht anders. War sehr, sehr schwierig, die in First Edition zu bekommen. Also früher war es einfach noch nicht so krass mit Card Market und so. Und die hat halt so gut wie keiner am Tauschbein da gehabt. Sehr, sehr schwierig. Aber ich liebe diese Karte. Würde ich immer spielen. Ich mag es auch, Metamorphose auf ihn zu nutzen. Viel zu cool. Dann zwei Sorcerer. Einer ist zu wenig. Und drei ist auf jeden Fall zu viel. Beste Karte. Und dann kommt eine Karte, die viele nicht spielen würden. Eigentlich müsste man ihn auch kicken. Weil es das Deck viel konstanter machen würde. Und dann könnte man einiges anders spielen. Aber Leute, Goat ist für mich einfach Anime Yu-Gi-Oh! Und ich liebe die Karte. Es macht so viel Spaß, sie zu benutzen. Ich rede von Demok. Ich sag's mal so. Wenn man den dann hat und er kommt, dann hat man ziemlich gewonnen. Aber es ist halt ein bisschen schwierig. Aber ich liebe ihn einfach. Sieht so schön aus. So eine coole Karte. Und dann haben wir noch zum Schluss einen BLS. Einfach, weil er viel zu krass ist. Dann geht's weiter mit den Zauberkarten, Leute. Das ist eigentlich relativ simpel. Da haben wir zweimal Buch des Mondes. Ich liebe die Karte. Es ist wirklich extrem gut. Dann haben wir Sündenbücke. Wunderschön. Erinnert mich immer an Startedick Joey. War mein erstes Deck. Aber tut halt, was sie soll. Und es ist eigentlich noch krasser, als die meisten denken, glaube ich. Also ich finde die Karte wirklich übertrieben stark. Ich habe früher immer Grafisch das Spion gespielt. Deswegen habe ich die dann rausgetan. Aber ich glaube, die ist schon ganz ordentlich, Leute. Also ich liebe die Karte irgendwie trotzdem. Ich weiß nicht. Also mal so, mal so. Also man kann sie weglassen, aber ich feiere die hart. Dann haben wir MST, Heavy Storm und Snatch. Das ist jetzt nichts Besonderes. Top Duo Grace. Das ist auch ziemlich klar. Premature ist auch eine starke Karte. Allerdings fehlt mir mein Parshad, Leute. Ich habe den immer gespielt und ich glaube, ich tue den wieder rein. Ich werde es erst mal so testen, aber ich will eigentlich meinen Parshad wieder zurück. Dann haben wir zweimal Nobleman und zwei Metamorphosen. Eine meiner Lieblingskarten in Goat. Gab es auch eine legendäre Geschichte dazu. Ich habe damals noch kein Internet gehabt, als ich die gekauft habe. Und es war viel zu krass, Leute. Also das ist so lange her. Also es ist richtige Geschichte, dieses Deck für mich. Ich sage es euch. Und viele spielen die nur einmal, aber ich benutze die Karte so gerne. Es macht einfach Spaß, damit zu zocken. Ich hole auch gerne Balter und so. Also ich feiere die einfach. Und zu guter Letzt an den Zauberkarten haben wir noch die Kartenzerstörung. Ich sage es euch. Goat, da ist es einfach so. Es gibt super viele One-Off-Karten, die einem das Spiel komplett umkrempeln. Und deswegen ist ziehen einfach super wichtig. Selbst wenn man jetzt nicht viele Karten hat, die man gerne abschmeißt oder so, würde ich die Karte in der Regel empfehlen. Weil es einfach, es gibt einfach zu viele gute Karten, Leute, die man einfach ziehen will. Dann machen wir weiter mit den Fallen. Da haben wir Wing of Destruction, TT, Force und Call. Nichts Besonderes. Das ist ein ziemlicher Standard. Und dann haben wir ihn noch. Die Karte ist bei mir ziemlich untergegangen. Also ich kenne die Karte natürlich, aber habe nie daran gedacht, die zu spielen. Weil ich dachte einfach, eine zu ziehen ist einfach zu uninteressant. Aber die Karte ist so hinterlistig, Leute. Ich sage es euch. Also ihr habt so einen Mehrwert im Deck. Zum Beispiel einfach, wenn ihr gegen MST oder Breaker nutzt. Einfach das daran zu verschwenden ist halt krass. Und eure wichtigen Fallen einfach zu schützen. Oder einfach den Druck aufzubauen, Leute. Es ist einfach so ein Druck, wenn da eine Falle liegt. Und dann, selbst wenn nichts passiert, könnt ihr immer noch eine ziehen, was Deckspeed macht. Ihr könnt was Krasses ziehen. Also ich liebe die Karte. Am liebsten dreimal spielen. Das ist wirklich richtig krass. Und zu guter Letzt eine Karte, die ich leider nur einmal in Ulti habe. Ich habe früher nie daran gedacht, die zu spielen. Ich habe immer Regeki Break. Dann habe ich auch Göttlicher Zorn getestet. Beide sehr gute Karten. Also man muss sich zwischen den drei Karten entscheiden. Aber jetzt würde ich auf jeden Fall nicht mehr zu den anderen zurückkehren. Weil die Sache ist einfach, Leute, wie schon eben gesagt, das Ziehen ist bei Goat einfach das Stärkste. Du kannst eine One-Off-Karte ziehen und dann einfach gewinnen. Und deswegen ist es richtig gut, den Gegner am Ziehen zu hindern. Und wenn du jetzt zum Beispiel auf ein Set, viele Leute spielen ja Flipmonster, ein Set, das wieder aufs Deck hochlegst, hast du die Summon weggenommen und den nächsten Dwar. Also viel zu krass die Karte. Ansonsten das Side-Deck, würde ich sagen, wenn euch das interessiert. Wir können noch mal ein Update-Video dazu machen, wenn ich ein bisschen was ändere. Dann zeige ich euch auch gerne mal ein Side-Deck. Aber ich habe es jetzt hier nur zusammengewürfelt, weil ich habe so viel geändert und so weiter. Machen wir dann beim nächsten Mal. Und dann geht es weiter mit dem Extra-Deck, Leute. Und früher war es so, es war unendlich groß. Das heißt, ihr könnt theoretisch, wenn ihr richtig cool seid, einfach jede Karte, die es gab, dreimal reinballern, riesen Deckbox, würde ich komplett fühlen. Ansonsten die wichtigsten habe ich hier. Das wäre einmal ein tausendäugiges Opfer. Die Karte ist OP des Lichtes. Also mächtiger geht nicht. Kann man sogar mit Sündenböcke holen. Viel zu krank. Dann haben wir, also Zweier gibt es nicht. Dann weiter mit den Dreiern. Den braucht man nicht, aber ich finde, der sieht echt cool aus. Das ist nicht so wichtig. Dann haben wir Flammengeist, LOB, richtig kranke Karte. Und der hat mir zum Beispiel schon mal ein Spiel gebracht. Also der war sehr wichtig, weil man einfach mit Sangane ihn holen kann. Kannst du wieder angreifen und darfst halt suchen. Und zudem ist er Finsternis, was dann später wieder weiterhilft mit den Chaos-Monstern. Dann haben wir einen wirklich wichtigen. Also ist kein Spaß, Leute, die holt man tatsächlich mal raus. Auch mit Sangane wieder oder mit nächtlichen Angreifern. Der hat halt mehr Angriffspunkte. Kann theoretisch was reißen mit Sangane, was suchen, dann doppelt angreifen. Ist alles möglich, Leute. Vielleicht bringt das was. An Vierer haben wir nur den dunklen Feuertrache. Auch LOB. Einfach die besten Fusionsmonster, Leute. Ich kann es kaum erwarten, das wieder aufzumachen mit dem Jubiläum-Set. Level Vierer ist in Ordnung. 1500 Attack ist auch gut. Dann mein Lieblingsfünfer. Balta, der schreckliche, Leute. Zauberkarten für 1000 annulieren, normale. Und wenn ein Monster durch Kampf zerstört, hat es keinen Effekt. Sangane hat keinen Effekt. Die Schlange hat nie wieder Effekt. Flip-Monster haben keine Effekte. Also viel zu krank. Ich liebe diese Karte einfach. Die rasiert immer alles. Dann haben wir Weeper on the Nightmare. Sieht viel, also ist eine der schönsten Super-Wares, wie die einfach aussieht. Hole ich sehr selten. Also passiert nicht oft. Aber sieht cool aus. Ich liebe ihn einfach. Hat auch irgendwie einen coolen Effekt. Dann den hier. Unterwelt, Kotenkopf, Drache oder wie der heißt. Habe ich ehrlich gesagt sehr selten geholt, obwohl sein Effekt eigentlich krass ist. Macht am meisten Sinn nach Cyberdose oder Mainface 2. Also hat eine Daseinsberechtigung, kommt aber relativ selten. Dann haben wir hier so einen blöden Fisch. Ähm, der hat am meisten Defense. Deswegen habe ich ihn drin. Dann haben wir Giltia, Drachenritter. Hat am meisten... Ne, hat nicht am meisten, sondern er ist einfach Licht. Deswegen habe ich ihn drin. Und den Musikerkönig. Der hat keinen Sinn, aber sieht zu krass aus. Und ich glaube, den habe ich... Ja, den habe ich doch schon gezeigt. Hier nochmal ein Walter. Das sind die gleichen. Dann haben wir Ryosenshi für Level 6. Beste Karte. Er ist einfach Jinso. Für 1000 kannst du eine Falle annullieren. Er kann nicht vom Book oder von Snatch gezielt werden. Und du darfst natürlich trotzdem Fallen aktivieren. Hat aber nur 2000. Das ist echt ein bisschen schade. Aber solange dein Gegner kein Sorcerer oder so hat, ist es in der Regel kein Problem. Also ist wirklich krank damit. Ich liebe das. Und Jama König. Eine der schönsten Karten aller Zeiten. Noch nie sinnvoll genutzt. Auch noch nie genutzt. Und dann haben wir noch einen Sechser. Den stärksten. Plus guten Effekt. Und Finsternis. Also der ist wirklich cool. Muss man echt sagen. Sieht krank aus wirklich. Ist halt richtig krass mit Sorcerer. Du kannst ihm irgendwas verbanden mit dem Sorcerer. Und dann hier mit 2-2 angreifen. Plus ihm Light Dark entfernen oder die Schlange oder was auch immer. Also das kann schon wirklich Sinn machen. Dann Drachenmeister Gaia, Leute. Erste Secretware. Einfach viel zu lächerlich. Und er hat sogar Daseinsberechtigung hier im Extra Deck, weil er am meisten Attack als Siebener hat. Aber man spielt kaum Siebener. Also es gibt nur ein, zwei Stück, die irgendwie minimal relevant sind. Aber kommt eigentlich nie vor. Wie gesagt, kommt nicht vor. Und noch den Gatling Gewehrdrache. Den holt man regelmäßig mit BLS, um das Feld leer zu räumen. Und das war's schon, Leute. Das wäre das komplette Go-Deck von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, Leute. Zur Feier der Ankündigung des 25. Jubiläumsset von Jogioh, Leute. Das wird so krank, wenn das rauskommt. Ich habe das übrigens zur Vorbestellung bei mir im Shop, Leute. Für einen guten Preis. Wenn ihr Bock habt, bestellt euch das vor. Aber in den Streams, Leute, das wird so zarreißen einfach, Leute. Ich kann mir das nicht vorstellen, einfach IOC, einfach BLS und so zu ziehen. Einfach so, als wenn es ist nichts für einen guten Preis. Also das würde echt Spaß machen. Ansonsten könnt ihr mir gerne mal sagen, worauf ihr Lust habt. Auch wenn ihr mehr so alte Formate sehen wollt. Oder lieber neue Sachen. Oder nur Openings. Schreibt mir was in die Kommentare. Ansonsten könnt ihr noch gerne bei Twitch folgen, Leute. Da streamen wir jetzt regelmäßig unsere Turniere im Laden und so weiter. Ist einfach eine wilde Zeit. Danke nochmal, dass ihr alle am Start seid. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.